Vorschlag heute, Sonntag für die Zehen. Vor allem für den Großen, der so massenhaft überbelastet ist. Versucht doch mal nur einen Tag darauf zu achten, eure Zehen nicht reflektorisch im Hochzuziehen beim Gehen und mal wegzulassen dieses katastrophale und so schädigende Abbräumen über die Zehen und vor allem auch über diesen großen Onkel, dem das überhaupt nicht gut tut. Versucht sie einfach zu lassen, sich in den gesunden Fuß einordnen zu lassen und die Zehen einfach locker und lässig mitzunehmen und sie nicht ansatzweise zu streizen und nach oben zu streiten. Ihr werdet dann merken, wenn man alleine das bisschen aufpasst und da ein bisschen lockerer mit sich umgeht, das stellt was mit euch an. Lieben Gruß!